Herzlich willkommen zu einem weiteren Hit the Rings Video Tutorial und heute schauen wir uns den Bulgarian Dip plus Lockout plus L-Sit an. Yo, diese Übung nimmt einen wirklich komplett auseinander und setzt voraus, dass du einen Dip kannst, dass du den Bulgarian Dip kannst, dass du einen Bulgarian Dip mit Lockout kannst und den L-Sit. Und dann kannst du all diese Übungen kombinieren und sowohl deinen Bauch, deine Schulter, deine Brust, dein Trizeps, eigentlich deinen gesamten Oberkörper im Positiven auseinandernehmen. Übe erst jede einzelne Übung, bevor du die wirklich kombinierst. Folge diesem Kanal für weitere Übungstutorials und mit diesen Worten, Hit the Rings!